Ja, die Basis und oder wir 2020 müssen regieren. Das ist unsere einzige Chance. Wir haben unendlich viele Träumer, die irgendwie träumen, es gebe andere Wege. Deutschland ist nicht die DDR. Im Moment tut zwar unsere gesamte Politik alles, um Deutschland so bettelarm zu machen, wie die DDR war, aber davon sind wir noch weit entfernt. Denn am Ende ist auch entscheidend über das Bettelarm, entscheidet auch im Moment, wenn die anderen Staaten der Welt sich auch im Moment schaden mit ihren eigenen Wirtschafts-Lockdowns, dann bleibt die relative Position Deutschlands aber erhalten. Das heißt, wir sind noch sehr weit entfernt von einem Zustand der DDR, die total abgewirtschaftet war und wo dann eigentlich keiner mehr richtig Lust hatte, das DDR-System aufrecht zu erhalten, noch nicht mal die Oberen darauf noch Lust hatten. Ja, davon sind wir unendlich weit entfernt. Es gibt also nur den Weg über eine neue Partei. Und nur das ist die einzige Chance. Ja, und wir müssen in der ersten Landtagswahl müssen 5 Prozent erreicht werden, bei der nächsten Wahl 20 Prozent und bei der Bundestagswahl 28 Prozent und dann bei der nächsten Bundestagswahl drauf 56 Prozent, sodass man dann sogar allein regieren wird können ohne Koalitionspartner. Hier kann man ja schon den Kanzler stellen mit 28 Prozent. Achso, übrigens hier unten rechts bitte anklicken, weil ich ja so langsam rede an dem rundlichen Ding. Schneller drehen, ne? Immer Videos schneller schauen. Ja, und deswegen gucken wir uns das nochmal ganz kurz hier an. Also, falsche, falsche Seite. Also, man hat hier, geht auf Next Scientist for Future. Dann geht man hier runter, dann geht man hier runter, unter Stellungnahme, klickt man auf Live-Ticker. Wenn man hier drauf klickt, kommt man dann dahin. Ich habe das nur vergrößert jetzt. Achso, man kommt nicht direkt dahin. Moment, zurück. Live-Ticker, dann kommt man dahin. Hier Live-Ticker und aus dem Live-Ticker wählt man die Nummer 3. Welche externen Reformer sind die besten? Dann klickt man da drauf. Dann kommt man hier hin. Ja, also, und, ja. Denn der Grundansatz ist, und da machen im Moment die Parteien den Fehler. Sie denken, sie haben so ein Parteimitglieder und die erstellen im Moment Parteiprogrammpunkte. Wie viele Jahrzehnte haben die, haben die aber eine wissenschaftliche Qualifikation für das Erstellen dieser Parteiprogrammpunkte? Wenn es so einfach wäre, ein Land besser zu regieren, meinen Sie nicht, dass irgendjemand mal schon Ideen dafür entwickelt hätte? Nein. Neue Reformen zu machen ist die größte wissenschaftliche Aufgabe, auf die bis vor kurzem noch niemand eine Antwort hatte. Ja, der Weltrat, die Next Scientists for Future als Arbeitskreis des Weltrates, haben auch in den ersten Jahren und Jahrzehnten ihrer 52-jährigen Arbeit an diesem Thema keine Ahnung gehabt, wie man das Problem lösen kann. Und an die Öffentlichkeit getreten sind sie aus gutem Grunde erst vor zwei Jahren im August 2018 zeitgleich, aus Versehen zeitgleich mit Greta Thunberg, sozusagen. Fast auf den Tag genau haben sich die Professoren zusammengetelefoniert, weil eben erst vor zwei Jahren die große Sicherheit da war, wie es geht, wie man es machen muss. Also nach 50 Jahren war man erst fertig, wirklich zu wissen, wie Reformen gehen. Und man war wirklich wichtig zu wissen, und damit sind wir schon bei den, bei den, hier, bei unserer kleinen Schwester, den ersten Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, ecocut.org, hier ein Video bei Thilo Jung, jung und naiv. Ja, wir müssen auf jeden Fall Wirtschaft zwingen und lenken, dass sie gemeinwohlorientiert, menschenfreundlich wird, denn das ist sie nicht per se. Unsere Lebensmittelindustrie steht im Moment unter dem Zwang, uns mit billigen, verzuckerten Produkten vergiften zu müssen, weil sie sonst im Wettbewerb keine Chance hat als Firma. Also wenn die anderen Firmen alle den Supermarkt überschwemmen mit billigen, zuckerreichen, verzuckerten Produkten, und Zucker ist unendlich billig als Füllmittel und Geschmacksstoff und so weiter, ja, wenn das die Konkurrenzfirmen machen und sie ziehen nicht mit und tun nicht noch ein bisschen mehr Zucker rein als die anderen, dann gehen sie pleite als Firma. Sie sind also gezwungen, die ganze Bevölkerung mit dem schleichenden, gesundheitsschädigenden Giftzucker zu verseuchen. Sie müssen also. Also brauchen wir einen neuen Rahmen, wo Gutes tun, also die Leute schützen vor Zucker, und Zucker überall rauszuwerfen, wo es nur irgendwie geht sozusagen. Dafür müssen sie extra belohnt werden. Dafür, für dieses Gute tun, müssen die Firmen ganz gezielt belohnt werden. Und das versucht in Ansätzen schon unsere jüngere Schwester, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, und wir, die Next Scientist for Future vom Weltrat, die bodenständige Linke, mit ihren gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, die sozusagen macht das eben sehr gezielt. Die misst, die bietet an, dass wir ihr Wohlfühlen, ihr Lebensglück messen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihren Reichtum messen. Und nur wer das fördert, nur die Firmen, die das messbar fördern, kriegen dann starke positive Anreize aller Art, also starke Belohnungen aller Art, damit sie sozusagen im wirtschaftlichen, gnadenlosen Wettbewerb überleben können, indem sie uns Menschen dienen, indem sie unser Leben besser machen. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist höchst schwierig, das ist höchst anspruchsvoll. Und all die Leute, die jetzt bei die Basis und bei wir 2020 gerade Reformen entwickeln, haben dieses Prinzip nicht. Die denken, sie machen wahrscheinlich, sie denken, sie machen irgendwie irgendwelche Reformen und das wird dann am Ende schon zum Guten für die Menschen führen. Wird es nicht. Alle anderen Ansätze, außer das Gute tun, belohnen durch gemeinwohlökonomisch oder gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, anders geht es nicht. Diese Reformen, die da gerade entwickelt werden, die werden weder die Mitarbeiter vom Arbeitsamt belohnen, wenn sie Arbeitslosigkeit beenden, sie werden alle möglichen Dinge nicht gezielt genug belohnen und dadurch werden sie die gewünschten Ergebnisse niemals erreichen. Weil das ein Gesetz ist, willst du in, seit 400.000 Jahren gilt das Gesetz, willst du unter den Bedingungen von Tauschhandel und Markt gutes Handeln haben, dann musst du es ganz stark und ganz gezielt belohnen, weil du sonst eine riesige Gehirnwäsche bekommst, die die Menschen in Konsumsüchtige, Kaufsüchtige, Shoppingsüchtige, Alkoholsüchtige, Zigarettensüchtige und sonstige Drogensüchtige, Medikamentensüchtige, Medizinsüchtige und so weiter verwandeln, weil nur so die Firmen überleben können in einem gnadenlosen Wirtschaftswettbewerb. Das heißt, du musst ihnen für Gutes tun, also die Menschen nicht zu Konsumsüchtigen zu machen. Dafür musst du ihnen extra Belohnungen geben, sonst kriegst du es nicht. Ich hoffe, man versteht das ansatzweise. Und hier haben wir eine neue Überarbeitung eines Auftrittes von hier. Ich schlage das gerade mal auf, ich glaube, ich darf das zeigen. Hier, also, Weltrat der Weisen, Konzepte zur Reform des Gesundheits- und des Ernährungssystems. Und hier, damals, wir haben natürlich auch eine große Fluktuation bei den Professoren. Damals war Professor Michael Döll noch Mitglied bei uns. Professor Mertens ist natürlich noch Mitglied bei uns. Und ich bin natürlich auch als Assistent noch dabei. Ach so, das habe ich jetzt zu groß gemacht. Das müssen wir jetzt wieder kleiner machen. Ich glaube, jetzt sehen Sie es aber der Herr Sempelmann, der einer der Chefredakteure vom großen Wirtschaftsmagazin in Österreich trennt. Ja, hier steht es ja, drei Experten des Weltbrates erläutern ihr Konzept, Überschrift Ernährungsreform. In der Unterschrift steht es, wie es richtig ist, zur Reform des Gesundheits- und Ernährungssystems. Genau genommen ist es die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, ja, die da entscheidend ist. Ja, sehr schön gemacht, finde ich, mit den Bildern. Also immer dann die einzelnen Personen hier werden immer, wo ist es hier zum Beispiel, einzelne Personen werden immer gezeigt in diesem Talk. Wo haben wir es? Na, jetzt haben wir hier Professor Mertens. Ja, so geht, wechselt das ständig. Und wo ist der Herr Sempelmann? Da ist er. Ja, immer schön groß im Bild. Weil es war eine Telefonkonferenz-Talkshow und von daher, ja, aber sehr schön gemacht, ja. Und von daher super gemacht und bitte hier anklicken, ja. Das ist jetzt so. Das ist unser Video. Anstatt eines Auftrittes bei Thilo Jung ist das unser Auftritt bei einem großen Wirtschaftsmagazin Österreichs Trend. Und dann, Professor Nico Pech wäre wichtig als externer Reformer, damit die Leute, die sich mit dem Parteiprogramm beschäftigen, und es scheint ja auch so zu sein, dass bei der Basis wieder irgendwelche Spezialisten sich mit dem Parteiprogramm beschäftigen und bei wir 2020 auch, und dass dann, wie es ja richtig ist, zum Konsensieren oder Abstimmen der Parteibasis ja vorgelegt werden soll zur Abstimmung, ja. Das ist genau der richtige Weg. Nur, dass leider die parteiinternen Experten nicht Experten genug sind. Und auch die Vorstellung davon, dass Leute, die aus dem, ja, aus dem eher halbgebildeten Bereich des Internetfernsehens stammen und dort bekannt geworden sind, dass die ausreichend kompetent sein könnten, um wirklich so schwierige Reformen, wie sie nötig sind, erstellen zu können. Und das wird sich als großer Irrtum herausstellen, spätestens dann, wenn man bei der Wahl scheitert, ja, bei allen Wahlen scheitert. Denn hier, ohne dass Sie so Professor Nico Pech in die Diskussion mit einbeziehen, der uns nochmal, der uns das Thema aufmacht, ist, dass wir in einer Welt eines verrückten Überkonsums leben. Und wenn dann nicht dazu die Next Scientists for Future gehört werden, die dann erklären, dass wir in Wirklichkeit in einer Welt der Konsumsuchterkrankung leben, die notwendig deswegen erzeugt ist, wurde, weil wir in den letzten 400.000 Jahren eben nicht Gutes tun, gezielt belohnt haben, sondern weil wir der Wirtschaft den völlig wilden und freien Lauf erlaubt haben, sodass sie uns durch Gehirnwäsche in Süchtige hat verwandeln können, in Konsumsüchtige und in damit entkränkliche, Konsumsüchtige, Alkoholsüchtige, Zigarettensüchtige, zerstörte Menschen, denen man, die, man hat das also zugelassen, dass lauter Vorteilbringende Irrtümer der verschiedenen Wirtschaftsbereiche, die in unseren Köpfen gewirkt haben als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes, die uns einer vollständigen Gehirnwäsche unterzogen haben, sodass wir unfähig wurden, glücklich miteinander zu leben, sozusagen, sodass wir unfähig waren hier, wo ist es, unfähig waren unsere Naturlebensweise des Matriarchats, ich würde sagen eher das Ur-Matriarchats, Matriarchats, ja, die, also hier, das ist moderne Matriarchatsforschung, ja, und hier haben wir, wo ist denn Heidegöttner Abendroth, da ist sie ja, das hier ist auch, das ist auch modernes Matriarchat, während Professor Franz De Waal das tierische Matriarchat aufzeigt und dann müssen wieder die Next Scientist for Future helfen und sagen, ja, wir sind natürlich nicht die Bonobos, aber vor 400.000 Jahren hatten wir wohl eine hochentwickelte Form eines Ur-Matriarchates, das eine Million Jahre Zeit hatte, sich zu evoluieren schon, sodass die Überlegungen zum modernen Matriarchat im Prinzip schon überholt sind durch die Betrachtung des Ur-Matriarchats, ja, das ist eigentlich unsere natürliche Lebensweise, ja, und hier haben wir, können wir schon mal erwähnen, hier Christian Zimmermann, ja, der auch eine eigene Gesundheitsreformkonzeption entwickelt hat, die ja auch Herrn Spahn schon mal übersandt hat, solche Leute muss man überhören, nämlich die kritischsten Ärzte, die, also sozusagen, man muss immer aufpassen, man darf auf keinen Fall den Bock zum Gärtner machen, Schluck Wasser. Auf keinen Fall den Bock zum Gärtner machen, man darf also nicht Fachleute ihrer Branche, die dann uns wieder mit ihren vorteilbringenden Irrtümern impfen und infizieren und am Ende wieder noch mehr Geschäft für ihre eigene Branche rausholen, genau die darf man nicht hinzuziehen, sondern man muss solche kritischen Ärzte, wie Christian Zimmermann hören, über die Missstände des Gesundheitswesens und die dann so ganz klare Sätze sagen, wie der Arzt Dr. Medgerd Reuter, dass letztendlich unser Gesundheitssystem tötet, ja, solche Leute muss man hinzuziehen, also Dr. Köhnlein muss man hören, Dr. Medgerd Reuter hier, den Arzt Christian Zimmermann muss man hören und nicht die, die uns dann wieder, die uns dann wieder nur das predigen, was ihnen mehr Geld bringt und mehr Profit bringt, ja. Ja, das heißt also, ich gehe nochmal zurück, also, Professor Nico Pech muss der Einstieg sein in das Thema auch Matriarchat und wie konnte eben Konsumsucht und wie konnten wir manipuliert werden in Richtung Konsumsucht, na, da ist ja ganz einfach, man nimmt den Menschen ihre natürliche Glückslebensweise weg und dann werden sie schon süchtig nach allem Möglichen, ja, so einfach ist das in der Natur der Dinge, ja, also nehme den Menschen ihre natürlichen Glücksquellen weg und gebe, und dann sind sie von selbst aus bereit zur Sucht, ne, und zur Konsumsucht und zur Alkoholsucht, Zigarettensucht, Drogensucht und so weiter, ja, so einfach ist die Ursache von Süchten, ja, und dann müssen wir natürlich diese große Diskussion hören von dem berühmtesten Volkswirt, dem ehemaligen 68er, Professor Hans-Werner Sinn, der uns erklären kann, so den Einstieg eröffnen kann darin, was sind Pseudo-Linke und Pseudo-Soziale Konzepte, wie zum Beispiel Mindestlohn. Und er kann uns erklären, dass natürlich der Mindestlohn eher, und er kann uns den Einstieg liefern und die Next Scientists for Future können sich dann da dranhängen und können dann genau erklären, wie die vorteilbringenden Irrtümer der Arbeitsamtmitarbeiter, der anderen Sozialspartler, der NGOs und all dieser unheilvollen sozial orientierten sozusagen Gruppierungen sozusagen uns ihre Irrtümer eingeimpft haben und uns eingeredet haben, wie das eben Mindestlohn, Gewerkschaften und Tariflohne soziale Politik bedeuten würden, linke Politik darstellen würden. In Wirklichkeit ist es das Unsozialste, was man sich überhaupt vorstellen kann, weil man dadurch ein Heer an drei Millionen Arbeits-, Dauerarbeitslosen künstlich erzeugt, weil man nämlich jeder, der nicht so hoch qualifiziert ist wie der Tariflohn oder der Mindestlohn, automatisch von der Wirtschaft keine Chance mehr bekommen kann und nicht eingestellt werden kann. Ja, ich war ja gerade dabei gewesen, dass eben wir dann darüber diskutieren müssen, sind Mindestlohn, Gewerkschaften und Tariflöhne eine höchst unsoziale, Pseudo-linke Politik, die verantwortlich ist für drei Millionen Dauerarbeitslose, die Sie ja bezahlen müssen. Also Sie, liebe WählerInnen und ArbeitnehmerInnen und ja, Sie müssen das Ganze ja bezahlen. Sie bezahlen ja jeden Einzelnen dieser drei Millionen Dauerarbeitslosen mit Ihrem Geld. Und das ist aber keine soziale Politik, weil die Menschen fühlen sich nicht wohl in der Dauerarbeitslosigkeit. Vielleicht Einzelne, die sowieso sowas wie Sozialschmarotzer oder Sozialparasiten sind. Aber die Masse der drei Millionen fühlt sich sehr schlecht, sozusagen in der Dauerarbeitslosigkeit. Und wie gesagt, die einzigen, die einen Vorteil davon haben, dass es diese drei Millionen Arbeitslosen gibt, sind die Arbeitsamtmitarbeiter selber, die Sozialsparten, die NGOs und so weiter, die alle irgendwo davon profitieren, dass unsere Gesellschaft so unsozial ist, dass sie lauter Arbeitslose, Obdachlose und sonstig in Not geratene Menschen hat. Die ganzen Industrien können Karriere machen, solange es diese über drei Millionen Menschen, die in Not sind, gibt. Und das ist ihre Kundschaft. Und jede Behörde und jede Industrie neigt dazu, möglichst viel Kundschaft bekommen zu wollen. Und das müssen wir ändern durch gezielte positive Anreize, sodass dann eben das Ziel ist, null Arbeitslose wird das Erreichen dieses Zieles, wird belohnt. Null Obdachlose, das wird belohnt. Und dann ändern sich die ganzen Systeme. Und dann müssen sie als Arbeitnehmerinnen dieses Ganze nicht mehr bezahlen. Und dann werden sie reicher zum Beispiel. Und dann muss halt also hier dieser Gewerkschaftsprofessor von den Wirtschaftsweisen, der Professor Truger, der muss dann eben sagen, ja nee, das liegt ja gar nicht mit den drei Millionen Dauerarbeitslosen. Das liegt ja gar nicht an den Gewerkschaften. Das liegt ja gar nicht an den Tariflöhnen. Und am Mindestlohn schon gar nicht. Nein, nein, das hat ja ganz andere Gründe. Ja, und da bin ich mal gespannt auf seine Argumente. Und wie gesagt, hier hatten wir ja dann schon Matriarchatsforschung und so weiter. Können Sie alles anklicken. Christian Zimmermann, ja, Präsident des Patientenverbandes, Gesundheitsreformideen und so weiter. Ja, gerade eben dieser Anruf, wo Sie gerade das Klingeln gehört haben, da ging es dann darum, dass eben, eben es letztendlich darum geht, ja, wir haben ja jetzt sozusagen einen kleinen neuen Markus des Landes des Internetfernsehens. Oh, jetzt habe ich einen Riesenfehler gemacht. Ah ja, da haben wir es. Wir haben ja einen und dann, es ist, im Moment haben wir eine Firma beauftragt, die hat jetzt gerade mal schon sieben oder acht Influencer angeschrieben, die sich auch eventuell einen Namen machen möchten, als, ja, gucken Sie mal, wir haben im Internetfernsehen im Moment nur diesen einen neuen Markus Lanz, ja, der aber noch sehr klein ist. Und wir haben aber keine Maybrit Illner des Internetfernsehens, keine Anne Will, kein Maischberger, kein Plassberg, kein Hard Aber Fair des Internetfernsehens. Und genau so jemanden suchen wir jetzt. Solche Leute wie Riso oder Retzo oder oder der Floyd oder ähnliche, die also sich Namen machen wollen und riesige Klickzahlen bekommen wollen, dadurch, dass sie solche prominenten Persönlichkeiten, wie ich sie eben genannt habe, einladen und dann getalkt wird über die Zukunft Deutschlands. Und Riso dann die Frage stellt, liebe Leute, Partei, Sie als neue Partei wollen regieren und die externen Reformer wollen ihnen dabei helfen und die ganzen externen Reformer wollen wir heute befragen, wie sie das sehen, wie Deutschland regiert werden sollte im Idealfall. Und ja, und letztendlich sagen Sie mir doch mal, wie Sie mein Leben besser machen wollen. Ja, und das dann hier die Regeln, ja, und dann haben wir hier eben diese Namen, Gemeinwohl, Ökonomie und so weiter, ja. Und da wurden jetzt also schon mal acht andere Influencer angeschrieben. Und diese Firma, die gerade eben angerufen hat, die hätte auch wieder Kontakt zu Influencern. Allerdings muss man gucken, ob die wirklich auch solche Kontakt herstellen können zu solchen Politik-Politik-Influencern. Das wird man sehen. Ja, und dann gehe ich natürlich schleunigst zurück und zu unserem Tagesbild hier. Und jetzt ganz groß und fett die Basis Wir 2020. Das sind insgesamt wohl ungefähr drei Parteien. Wir 2020 ist ja aufgespalten in eventuell drei Parteien selber schon, aber sagen wir vielleicht mindestens in zwei. Und die müssen regieren, wenn es für sie besser gehen soll. Ja, und manche haben im Internet wohl die Hoffnung, ach, da hört man immer wieder, dass sie sagen, nein, wir setzen auf die AfD. Ich darf Ihnen das nur ganz kurz andeuten. Die AfD ist fachlich von der Kompetenz her nicht in der Lage, ihr Leben gesünder, glücklicher und länger und reicher zu gestalten. Das geht nicht. Diese Leute sind wissenschaftlich nicht kompetent genug für so eine Herkos-Littles-Aufgabe. Da vergeben sie nur ihre Stimme für nichts. Ja, also. Ja, und dann zum Beispiel jemand wie Milena Preradovic von Punkt Preradovic sollte auch sowas wie eine neue Maybrit Illner werden. Wäre schön. Sprechen Sie doch mal mit ihr. Ja, also wir brauchen, wir haben, wir haben Platz für fünf, äh, äh, Talkshow-Master des Internetfernsehens parallel zu Maybrit Illner und so weiter. Wir müssen das so sehen wie eine parallele Welt. Internetfernsehen, fünf Talkshows und im normalen Fernsehen fünf Talkshows, ja. Und, ja, und, äh, und, äh, und die Maybrit Illner, die, die, da spricht man eher mit CDU und Grüne, ja. Und bei Punkt Preradovic sollte eher gesprochen werden mit die Basis und wir 2020 und den externen Reformern. Und zum Beispiel hat ja Frau Preradovic schon mit, äh, Dr. Med. Klaus Köhnlein gesprochen. Also es liegt ja eigentlich sehr nah. Also Leute, sprechen Sie diese Sender alle an und, äh, tun Sie was in diese Richtung, ja. Das ist unsere einzige Chance, ja. Und das war es jetzt schon mal wieder für, äh, diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Vielleicht noch zum Schluss nochmal der Gedanke, wir sind alle deswegen nicht richtig glücklich und nicht richtig gesund, weil gutes Tun nicht gezielt belohnt wurde. Ihr Arzt kriegt bisher keine Belohnung, wenn es Ihnen gut geht. Er kriegt aber ganz viel Geld, wenn es Ihnen ganz schlecht geht. Wieso soll er da überhaupt irgendwie eine Tendenz haben, äh, dafür zu sorgen, dass es, dass Sie nie krank werden? Das würde ihn selbst ruinieren wirtschaftlich. Und deswegen, der Arzt denkt zwar bewusst, er würde alles tun, um Sie so gesund wie möglich zu machen. Aber er hat das gar nicht gelernt und er denkt darüber auch nicht tiefer nach. Er wendet einfach das an, was er im Studium gelernt hat. Und das, was er im Studium gelernt hat, ist eher dazu angetan, ist eher eine Ausbildung, wie man viel Geld verdient, mit Ihnen als Patienten viel Geld verdient und keine Ausbildung darin, wie man dafür sorgt, dass Sie gar kein Patient werden und man mit Ihnen kein Geld verdient. Das ist nicht Inhalt des Medizinstudiums, Ihnen beizubringen, dem Arzt beizubringen, dem zukünftigen Arzt beizubringen, wie er gar kein Geld verdient. Nämlich immer, indem man den Leuten hilft, dass sie gar nicht erst krank werden. Dann kann er nämlich nichts abrechnen. Und also insofern, in allen gesellschaftlichen Bereichen werden bisher alle Leute belohnt, in allen, in den Sozialsparten, in allen Behörden, in allen Bürokratien. Überall werden die Leute fürstlich belohnt, wenn sie ihnen eher schaden. Und sie kriegen nichts dafür, wenn sie ihn nutzen. Und genau das müssen wir umdrehen. Wir müssen die ganze Gesellschaft vom Kopf auf die Füße stellen. Und das geht nur mit einer Partei. Also es geht nur mit die Basis und wir 2020 und im Idealfall alle fusioniert als neue große Volkspartei. Und anders geht es nicht. Ja, das war's. Tschüssi, bis bald.